Eins. Was geht ab YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Battlefield 1 Beta zusammen mit dem McManus, den Sachsen-Let's Player und den Jungs vom BCR. Hallo Leute. Hallo. Und ich hab mir direkt mal den Panzer gesnackt. Und wir spielen mal einen neuen Modus, nämlich den Rush-Modus. Vielleicht kann ja einer ganz kurz erklären, was der Rush-Modus heißt. Ja, grundsätzlich, es gibt A und B. Diese Punkte müssen entweder verteidigt oder gesprengt werden. Als Angreifer musst du die zwei Punkte eben sprengen. Als Verteidiger einfach verteidigen. Die Angreifer haben 75 Lebenspunkte. Ja, das war's. Ja, toll. Und an meinen Zuschauern, ja, ich hab's gemerkt, dass es krass geruckelt hat. Ich hab das Aufnahmeprogramm gewechselt und ich weiß, dass es jetzt besser funktionieren wird, weil ich es schon getestet hab. Alter Schwede, wie ich den Panzer einfach nicht treffe. Das soll immer aus der Verlockung rausgehen. Aus der was? Äh, aus der Deckung, so rum. Oh Gott, wie lange das auch braucht zum Nachladen, dieses olle Ding, ne? Das ist lehne, also dieses stationärgedienst, da, ja. Ne, ich mein, äh, der Panzer, wenn du die 5 Schuss verbraucht hast. Achso, ja, dann doch. Das ist ne... Ah. Das darf doch nicht wahr sein. 95er-Hit. Uuh. Arbeit. Der vergast, die Sau. Na, verdammt, der hat mich erwischt. Wo ist der Panzer? Wo sind die wir auf A? Wow, lol. Wir müssen B, da haben sie ne Bombe gelegt. Ne, bei A, wenn sie es auch gelegt. Leute, ich hab echt... Wow, krass, wie viel Damage der macht. Was ist dieser Heavy Tank, ey? Wie kriegt man den am besten down? Der ist ja übelst behindert. Ist eigentlich wie Lighting. Oh, das darf doch nicht sein. Die haben zerstört. Uuh, Frag Grenade for life, ey. Gut, dann lass uns jetzt A sehr gut treffen. Also, die Frag Grenade ist eigentlich wirklich die beste Granate. Oh, das ist... Hat mir mal diese Brandgranate jetzt. Ja, das ist die Frag Grenade. Die habe ich jetzt auch ausgestattet. Die ist echt die beste Granate, die es gibt. Ne, ich kann ohne Mist... Ich kann nix machen gegen diesen Panzer. Ey, ich kann nix machen gegen den Heavy Tank. Wie steht denn da? Ich hab fünfmal drauf geschossen, der hat noch 70 HP. Wow, ey. Da müssen wir echt nix nehmen, ne? Assault, ich nehm Assault. Ja, ich wechsele gleich auch wieder auf Medic. Ich bin Medic. Ja, ich hab auch keinen Bock auf Sniper, das ist nicht so meins. Oh, der meint ist schon rechts. Der Sniper ist schon cool, aber... Ich hab ne neue Medic-Waffe, die ist ganz cool. Uh. Der hat noch nix, das ist ganz spannend. Oh, 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 hab den Tank. Ne, hab den Tank noch nix. Die baut sich auf A auf, Leute, schnell. Tank ist down, Tank ist down, hat ihn geholt. Boah, ich hab von der Seite angeballert. Lol, Alter, wie ich ein Tank gefickt hab gerade. Wie geil ist das denn bitte? Alter, ey. Das war richtig nice. Neuer Tank da. Schwul. Wat, lol? Wenn die sich an die Kanone... Nee. Das ist noch ein E-Sitzer. Achso. Ach, da. Lol, Tank, 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 Tank. Hat mich ein Visier. Hat jemand ein Abo-Pack? Kann jemand ein Abo-Pack werfen? Ne, ich hab nix. Sniper gar nicht. Boah, das ist noch ne, wie tank ich lach mich drüber. Ein HP hat der noch, ey. 26. Scheiße, so. Fuck off. Ich start mal neu. So, weißt du, wisst ihr, was auch wichtig ist? Ähm. Ey, wieso verrickt der denn nicht? Wisst ihr, was auch wichtig ist? Äh, und zwar... Ähm... Wenn ihr Soul spielt... Panzer dasselbe. Die wollen A grad machen. Fuck. Ich hab bei A grad einen erledigt, der da... Äh... Was machen wollte. Wuhu. Äh, wenn ihr Soul spielt, ihr habt dann C4, oder? Na? Hallo? Also Soul, dann war C4. Ja, Dynamite. So, äh, du wirfst einfach zwei oder drei dieses Dynamite. Und dann wirfst du ne Granate drauf. Bei A haben sie ne Bombe geplantet. Sind nur zwei Typen. Ich bin tot. Dann... Der Panzer dorthin. Das kann er wissen. Komm schon, spawnen. What? Wir hatten das in extremen, Alter. Was? Ernsthaft jetzt? Okay. Oh Mann, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los, ey? Irgendjemand halt hier. Ich halte heute ein bisschen. Ich geh rein in den scheiß Panzer. Ich wechsle auf Sniper. Uh. So, ich bin ein Panzer. Okay, seht ihr, Leute, jetzt haben die quasi zwei Punkte von uns zerstört. Wir rücken auf der Map quasi weiter nach hinten. Die müssen die nächsten Punkte zerstören. Und ja, das ist halt eben nicht gut. Ja, und sie haben halt jetzt wieder 75 Tickets. Also 75 Mal wirst du zu sterben. Ja. Irgendjemand will an unserem Panzer was machen. An welchem? Ich hab's nicht gesehen, an welchem. Ich spaw mal bei PAD. Ist das wahr? Ja. Hab ich zu weit gestellt, oder? Hier. Klösser Medipack. Werd glücklich, hau rein. Leute, ich mach an diesen Heavy-Tank einfach keinen Schaden. Ihr müsst mir da echt unterstützen. Oben drauf ist einer. Auf dem Mittelschleinblock. Ich hab ihn gar gesehen. Ey, wieso mach ich denen nur 15 Schaden? Können wir das erklären mit dem Snap am Kopf? Ja, das ist ein Graben. Ich glaube, der Panzer steht von denen. Wo ist der Panzer? Ey, ich mach dem Typen nur 18 Schaden. Ja, der von uns steht nicht von denen. Das gibt's nicht. Das ist unmöglich. Ja, vielleicht ist er zu weit weg. Ja, aber ich kann... Ja, der hat ein bisschen Schaden, hat er schon. Ey, ich mach den Typen nur 18 Schaden. Es ist egal, wo ich ihn treffe. Du bist zu weit weg. Wo ist der scheiß Panzer? Du kannst mit dem Sniper über weiß ich wieviel Kilometer den tödlich verletzen mit einem Schuss. Ja, was soll ich dir sagen? Das ist halt was so. Wo ist der scheiß Panzer? Jetzt hab ich ihn. Ist doch markiert. Ja, na klar. Okay, voll Damage-Treffer. Der Panzer hat... ... noch dran, putzig. Boah. Boah, hab ihn! Oder? Was? Oh, da holt mich der andere! So ne Kacke, ey! Ich hab schon zwei Panzer gefickt hier. Äh, ich brauch mal Muni. Ich bin langsam. Hi. Ach, come on. Leute, aber wir müssen ein bisschen auf A aufpassen. Ja, ich hol da die ganze Zeit die Leute mit dem Sniper ab. Oh, Pfeile! Oh, Pfeil! 23er B-Nomme! Oh, Pfeil! Oh, Pfeil! Hi! Oh! ich bin bei dir mal aus ja da vorne rechts wurde ich gerade getötet da ist einer direkt hinterm hügel da kommen sie da sind jetzt mehrere pass auf und ein panzer ich lade die munition die einen einen einheit special einheit Oh f**k F**k Ah, oh Mann Wer sind die Tanks? 99 Kitt Tanks sind da und die haben einfach eine Behandlung da drin Oh, wer sneckt mir jedes Mal die Leute weg? Dir, Herbert Alter, muss sich der immer dücken? Hat jemand Medi-Kids? Mone, Mone, ich brauch dringend Mone Ich hab nochmal 5 Schoes Kling, wer Mone? Auch mein Medi-Kid Ja, hier Danke Fisi Super sweet von dir Keiner ist von uns Mone, Mann Wo ist Spezialeinheit? Nein, ist er nicht Einer ist an der Bombe dran Ja Der wird entdeckt durch den Panzer von hier oben Ja Wo ist er? Bei B oder bei A? Bei A, bei A, da wo der Panzer steht Genau oben, kannst du mich gemeinern? Was kann ich machen? Kannst du mich aufheben? Äh, ja Einen Moment Wo bist du denn? Die snipern uns hier oben weg Hm Und das ist scheiße Wo liegst du denn? Wir sind zu weit weg vom Spot Ich lag oben, aber ich bin schon Achso Oh fuck, ich bin tot Medic Wir sind zu weit weg vom Spot Das ist auch scheiße, wenn alle snipern Das bringt nichts Geh wieder auf a zone Danke Danke Alle direkt am Asport Ist gehittert Du, warum, wie komm ich jetzt hier runter? Ist da? Ah, ich bin tot Wie komm ich jetzt hier runter? Ich hab keine Mühe Runterspringen einfach Wir müssen Fallschirmob machen Okay, ist noch ein Panzer von denen irgendwo? Ich seh grad nichts Ich seh grad nichts Okay Die haben B-Bombe gelegt Geht zur Bombe Deck mich bitte Ich brauch Feuerschutz Okay, ich defuse Defuse, ich bin bei dir Nein, lacht auf Ich bin ein Sniper irgendwo Hinten links ist ja Das wird knapp Das wird knapp Oh nice Hammer Achtung, zur A kommen welche? Ich bin aufm Weg nach A Schi-Rex verschieben Einen hab ich Wuh Ah, verdammt Warte, lass mich nicht die scheiß Panzer, wenn die Oh, was? Lass mich nicht rein Oh, der Panzer Panzerbett in Schienen, Leute Ja, ich seh's Okay, ich geh doch nicht rein Der hat mich grad Irgendwie Jetzt Da musst du Gib ich den nach oben? Nee Nee Hast du den? Ja, ich glaube Der am Pferd war? Ja Ist der Panzer down bei A? Ja Ja Was? Sicher? Doch, ja Ist er Ja Ist auch noch einer, der ist markiert Tod Da kommen noch welche nach A Einen habe ich, der hat ja gerade eine Granate zu dir geworfen, Pat. Der ist da oben. Wo ist er hin? Der ist da oben, habe ich kaputt. Okay, danke. Da kommt noch ein Panzer? Ja, ich bin hier, da vorne. Ja, ich bin gleich hinter dem. Kriegst du den dann weg? Ich weiß nicht, bis jetzt hat er mich noch nicht gesehen. Denk dran, du... Wie ein Video machen, zuerst drei, vier... Ja. Hitcher, ich bring dir mal eben Medi-Pack vorbei. Oh, Snapper hat mich erwischt von ganz hinten. Ja, Medi-Pack. Okay, das ist noch ein Panzer, noch einer. Scheiße. Ey, wo hat die die Panzer her? Die spawnen halt, wie sie links. Oh, leck mich am Arsch. Aber wir holen echt richtig gut die Panzer weg, Leute. So läuft das. Mit dem Zone geht das halt echt. Ja, verdammt. Scheiße, einer liegt bei B schon. Wo liegt bei B? Fast vor der Bombe. Ja, ja, ich bin bei B. Okay, da kommen gleich drei Leute zu dir. Panzer ist down, Panzer ist down. Ich spawn bei dir, Manus, du helf dir da. Mach Latte, mach Latte, mach Latte. Ich bin bei dir schon hinter dir. Hier erstmal Medi-Pack. Ja. Da oben, da kommt einer, sießen. Der kommt rechts. Den habe ich, den rechten habe ich. Links von dir sind zwei Stück. Links von dir sind zwei Stück auf den Berg. Drei oder vier Sniper. Wo, wo, wo? Links an den Klippen. Da an der hohen Felswand. Die verstecken sich gerade hinter Steine, aber er hat recht, da sind welche. Da kommt schon wieder ein Panzer von denen. Ja, ja, haben, kommen noch drauf an, aber jetzt wird er da kommen. Bei A oder bei B? Wow, lol. Hast du den? Manus wird mit einem Panzer beschossen. Aber ein, aber ein, aber ein, aber ein. Meibler vom Berg sind weg. Es kommen welche nach A? Wer bei mir vorbeifährt, ist gut. Ist er bei mir vorbei? Allerdings dröchle ich ihn gerade nicht. Ah, der ist drüben da. Ja, ich glaube, der will in zum Fahren. Hier unten ist direkt einer. Aber lass, 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 lass. Oh, Idiot, ey. Was denn? Du sollst den lassen, ich wollte ihn mal biolatieren. Wieso, biolatieren? Ach, schießt der den, ey, Mann. Der hat gar nicht zu uns geguckt. Sohn, den musst du richtig ficken, ey. Ach, jetzt schaffst du auch mal wieder die Nummer, ey. Ich würde ein schönes Bayonetten in den Arsch rammen, ey. Ah ja, Panzer. Kein Panzer, aber... Da ist einer ausgespielt. Pferdetyp ist hier abgesprungen. Leute, wir halten das richtig krass. Richtig gut. 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 Warte, warte, Pat. Ah, verdammt. Ja, ich musste sprengen. Hab, hab auch Damage gemacht. Warte, 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 warte. Wir haben es gleich geschafft. Scheiße, wo haben die das gemacht? Ne, A-Teiligen, okay. Hier ein Scheißdreck. Ah, der ist ausgestiegen. Scheiße, bei A. Ey, bei A sind voll viele Leute. Ja. Da hängen wir auch noch ein Heavy. Aber wir haben es gleich geschafft, Leute. Richtig gut. Da hängen wir auch noch ein Heavy. Zeigendurch mal. Ah, der, der die Bombe legen wollte, habe ich getötet. Da ist noch ein... Ja, aber da sind noch einer. Nein, er ist noch da. Komm, es darf noch mal einer sterben. Wir haben gewonnen. Also das war... Oberschritt. Das war richtig gut. Aber gut gemacht, das ist wohl wahr. Also ohne Mist, dass sie zwei Bomben nur gekriegt haben. Normalerweise geht es dann bis hinter die Stadt. Und in der Stadt ist dann quasi... Ah, ja, wir zeigen es euch im nächsten Part. Ja, gut, meine lieben Leute. Richtig gut. Mal eben hier das Scoreboard noch gucken. Der Sachse auf 1. Der McManus auf 4. Ich auf 6. Pot auf 7. Hitch auf 10. Gut, meine lieben Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen Bobs vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.